Hallo Leute! Ich bin Willa und warum beißt ihr Licht? Während meine Kamera und mein Fede ein bisschen geladen hat hier, habe ich den Weg herausgefunden, wie ich am besten hingehe. Ich war ein bisschen zur Höhle. Ja genau, ich lüfe dich auf. Und jetzt mache ich irgendwie Schwing! Okay gut, ich stehe noch vor. Okay gut, dann war ich hier so. Also, ich habe es nicht ausprobiert. Es funktioniert. Wie geht es? Es funktioniert. Ja, ich kann den Vorgang auch nochmal beschreiben. Ich ziehe das hier runter. Du musst zu bummeln hier. Cool! Ja, das funktioniert. Ja, genau. Das will man nicht machen, wenn die Kälte hier schon kommt. Das ist nicht nötig. Das war auch bei Caterico ausprobiert. Das funktioniert nicht. Also das ist ein reiner Irbel. Das liegt nicht nötig. Und das kommt mir hier hin. Ja, das ist mir hier. Dann, Oberlachstorfloss. Dann müsste ich hier sein. Dann fange ich hier runter und dann ziehe ich ab. Und dann liegt ihr da so ab. So und du hast schon gegen eine Stunde. Dann muss ich einfach treiben. Einfach treiben. ja genau dann müsste da, oder auf der anderen Seite, genau dann ist da der Blockenaufgang da musst du hier rauf, dann rennt man, rennen, rennen, wirklich rennen, das ist die scheiße Viecher, die nicht sehen für der vorigen Mitarbeiter, der so ein frites Beispiel hat, dann schlackst du ihn weg und rennst einfach schnell, rennen, schnell, weg, weg hier, einfach nur weg hier okay, ich glaub das ist schon der 54, oder, ach, 55. Part von meinem ganzen Ding, das ist ja noch leer, ey ich mein, ich hab den ehrlich meinen, für, wollt ihr sie planen? wahrscheinlich äh, 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 desodemann, äh, desodemjubiljom ich weiß, ich bin krank, ich bin das doch, mir nützt keine Ahnung, wenn, das ist nicht mehr gut wir müssen nur wieder abbiegen, äh, ich meine, hier abbiegen, nicht genemanns, das ist, wenn wir sind, alter 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 ich weiß nicht, wow ja super dann komm ich nachher hin ich bin jetzt hier und dann müsste ich mich eigentlich der Weg fahren genau, hier ah genau, hier vorne klar, ich versuche einen unerreifenden Standort uah, du uah ich bekomme ein Herzinfarkt, ey uah hui wirklich ungeahnt weggefunden auf einmal kommt das wow uah es ist nicht nur hier du mich auch wo ist er uah au es ist nicht alle in Ruhe ah weh au 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 Mama, 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 Mama warte, 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 kurz aah Hilfe ich muss erst den Arsch nicht mehr wo ist der andere Alter wo ist der andere in der Stücke noch neben mir ui das ist doch so ein Schockeffekt eigentlich Ich meine, das kann man nicht überspringen, weil es nicht schafft kriegstsinnig. Wow. Ja, die Äntchen haben jetzt in der Freibahn hier. Ich finde den letzten Käfer... Moment, müssen noch zwei, aber... ich bin dann fähig. Alter, das ist jetzt echt verwirrend. Wahrscheinlich wird das ein kurzer Karten mit der Kamera auch nicht mit der Akku an. Okay. Okay, wir machen everybody schwingen, schwingen, wir sind hier hin, schwingen. Schwingen, 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 schwingen. Okay. Alter. Ich habe noch ihr das Geruch drauf, ey. Oh nein, das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Ich kriege hier aufgespür, auf einmal kommt ihr das Geruch. Ich meine, hallo, was geht ab? Und ihr, in der... ja genau. Und jetzt, ich meine, das dachte ich... ja. Wow. Jetzt sehe ich nicht einfach den Geruch drauf, ey. Bäm. Auf. Knapp händer. Und achtend und dann natürlich Bäm. Tschüssi. Für die Integrität. Meiner. Es ist nur seltsam. Seltsam, was ist das jetzt? Keine Ahnung. Wo ist das jetzt? Was ist das hier? Da ist er. Was ist das? Was ist das da hinten? Ja, ich verstehe auch nicht. Ich verstehe auch nicht Mita. Wirklich? Weißt du schon. Das ist schon lecker. Komm zur Ruhe! Genau, komm zur Ruhe! Ja, komm zur Ruhe! Ja, komm zur Ruhe! Ja, komm zur Ruhe! Zur Ruhe! Zur Ruhe! Mann! Warum ist wirklich Pokémon-Name? Let's play! Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Aber ich finde, es ist hier total böse. Wow! What the fuck? Was... Was ist das? Alter! Ich hab grad voll scheiße vergessen, was das ist. Was ist das? Ernste Frage, was ist das? Ernste Frage? Habt ihr das Kommentar? Wow! Kommt mir vor wie Voltolos. Von Pokémon. Und wenn es schwarz war... äh, weil er weiß. Hm. Okay, ich hab das Gespür an. Ich hab den Punkt mit voller Angst. Wart nicht. Wart der Punkt? Wart der Punkt? Okay... Okay... Jetzt bin ich leer. Ich trau mich schon ganz... Oh, warte. Oh, warte. 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 Warum ist mein Gespür aus? Warte. 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 Was ist das? Die wieder weißt der? Hi! Wow! Nichts! Du Siege! Das schreck mich nicht! Was soll das? Ja, wow! Das hört sich gut zu singen! Bam, 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 bam! Hi! Was ist das? 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 Ich hab ja das Stück mit dem Essen hier. Ich hab ja das Stück mit dem Essen hier.